Oh, was ist mit meiner Kamera passiert? Ah ja, streamen. Wie gesagt, moin sind erstmal. Hallihallo, was geht? Und herzlich willkommen zu den knackigen Open Lobbys heute. Wir machen heute nur eine Stunde 15, weil ich noch ein Liga-Rennen habe. Das heißt so grob bis 18.15 Uhr, dann ab 19 Uhr das Liga-Rennen. Das heißt so grob bis 18.15 Uhr. Denny hat komplett einen reingesendet. Ach, Digga. Ich habe gar keine Möglichkeit. Ach, das ist so dämlich von mir gewesen. Ah, Nico auch wieder am Start, Kerl. Moin. Habe ich gar nicht gesehen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Den schnappt Nico sich auf jeden Fall sehr, sehr sexy. Also ich gucke einfach gerade zu hoch. Digga, was tut in meiner Hand so weh jetzt gerade? Das ist nicht so geil. Das Track Limit nehmen wir mit. Wir können jetzt das DRS verwenden. DRS verfügbar. Kann er da witzig aufgewünscht, okay. Auch entspannt. Noch, Digga. Immer diese letzte Kurve, die f*** gerade ab, ne. Oh Junge, das ist aber auch typisch bei mir, ne. Mein Heck ist so nervös. Gut save. Ah, sieht er. Mir passiert ein einziger Fehler und ich bin schon wieder komplett raus, ne. Das ist so heftig. Aber da muss ich noch ein bisschen konstanter werden. Und da habe ich jetzt nicht so die Probleme... Also da habe ich mehr Probleme in F1-23 als das hier in I-Racing. Ich glaube, das ist echt ein bisschen nervig, ey. Saudi-Arabien-Helden ist natürlich auch ein kleines Verbrechen, aber es tut mir jetzt natürlich sehr, sehr leid. Okay, ist die Session auch belassen, okay. Oh! 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 Oh, oh! Oh, oh! You're right. Oh oh! Oh, oh. Ja, sehr sehr geil, wer auch immer das war. Dann wurden wir mal richtig hops genommen gerade. Ja, guck doch mal in den Spiegel, Jungs. Hier geht Free-Wide, da hat er in der Mitte absolut gar kein Recht, irgendwas zu machen. Wow! Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Oh, hab ich mich erschrocken. Open Lobbys jeden Montag, Mittwoch und Freitag 17 Uhr immer bei mir live. Außer ich sollte mal Freitag Fußballtraining haben oder so, aber da gibt's einen anderen Tag mit 17 Uhr live. Digga, Alter, guckt ihr gar nicht in den Spiegel oder was? Das ist für das Game auf jeden Fall sehr wichtig. Crazy... Portofinish, Alter. Joine später erst. Okay, was heißt später? Hast du ja nur eine halbe Stunde, deswegen spät. Albert, ihr müsst immer, also ich sag mal so gleich, das hätte ich jetzt verstanden, später ist für mich so in einer Stunde oder so, ne? Wie ohne PC, ja, einholen? Was soll ich sagen? Musste ich ja auch. Ich hab ja sonst auch nur vom Playsy gestreamt. Ohne irgendwas. Ich hab sogar von meinem alten Laptop gestreamt. Zu teuer Quatsch. Geh arbeiten, Junge! Nebenjomps machen, Teilzeit, äh, save. Wer will dir, wenn du Bock hast zu arbeiten, wer will dir den verbieten zu arbeiten? Ooooooh, Digga, Alter. Digga, ich geh jetzt offline. Ich hab keinen Bock mehr auf, äh, das ist mir viel zu wild, ehrlich. Das bringt mir selber auch nichts. Ich wollte das als Warm-up nutzen, ich geh jetzt offline, Alter. Je, das, was soll das? Da hab ich selber keinen Spaß dran, sorry. Ich wollt mich nie aufregen. Egal. Also, ich hab weiß mit dir, ob ich selber nie aufregen. Ich schaffe, hören rastend, aber ich classify dir, wie sie alle. Ich würde mich raus, nicht dumm von hinten accommodation. vendlinieren?